In der letzten Folge haben wir uns entschieden, El Dragon freizuschalten. Dafür fehlen uns noch ein paar Siege mit LLC-Charakteren und die versuchen wir alle mit dem Marquis zu kriegen. Und weiter geht's mit Battleborn. Alles klar, hier ist unser Mann. Daten gesichert. Oh, Erotik-Romane. Hoffentlich über Wächter. Okay, noch ein Stück Geschichte. Sicher in meinem inneren Geschlechter. Aber das ist jetzt auch nicht so... Ach nee, hier ist der Chronicle. Ich dachte, ich wäre jetzt gefangen und komme nicht mehr weg. Aber jetzt stirbt Shane gleich. Nein! Und ich bin jetzt hier hinten irgendwo. Shane! Bleibt noch ein bisschen am Leben. Aber jetzt wollen die mich natürlich auch töten. So, hoffentlich... Nein, 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 nein. Oh ja. Das hat nochmal gereicht. Hier, nimm ne Eule. Jetzt stirb. Oh. Wollte ich gar nicht. Aber... War ja trotzdem okay. Ich kann mir das... Das Dinger geschützt. Jawohl. Boom. Die können sich nicht wegbewegen. Ist der gerade mit dem Ding hier gesprungen? Ja. Oh nein. Jetzt bin ich's. Kommst du? Shane, wo bist du? Hallo? Der ist da hinten. Ich glaube, das schafft er nicht. Oh, Level auf. So, wir müssen hier irgendwie weg. Weg, weg, weg. Können wir das kaputt machen? Aber es bringt ja nicht so viel, ne, wenn wir so nah dran sind. Aber wenigstens sind wir nochmal weggekommen. Oh ja, kaputt. Oh. Wieder hoch. So, können wir den kaputt machen, ja. Ne, das reicht nicht. Können wir... Basisschaden von Pennerparade. Ja, das nehmen wir. Oder... Wieder eine Granate. Boom. Ups. So, nochmal. Eule. Boom. So, weg mit dir. Ja. Den haben wir erwischt. Es ist gar nicht... Ob jetzt überhaupt noch die Schergen durchkommen. Oder ob die alle... ...unterwegs hier belästigt werden. Boom. Hat sich das gelohnt? Ah, Mist. Das ist jetzt genauso lustig wie... ...wo wir mit Pendels unterwegs waren und Foxtrot. Aber ich glaube, da war es irgendwann so, dass die einfach aufgehört haben, die... ...die Feinde. Oh, ihr macht's. Er hat's geschafft. Ich... Mach mal noch eine Eude. Jetzt passiert hoffentlich irgendwas. Nee. Die Blase hat nicht so richtig geklappt. Aber ich schmeiß die Bumerang. Bumeränge? Bumerangs? Was ist die Mehrzahl? Kann er es schaffen? Ja, er macht's. Er macht's. Oh, er hat's geschafft. Mach mal die Blase. Und noch eine Eude. So, können wir irgendwo hier hinweg... Ja, wir gehen mal runter. Ist vielleicht sicherer. Wenn wir hier hochschießen, geht das? Oder wir machen einfach nochmal eine Eule. Wenn wir da oben sind, ist der Cooldown bestimmt runter. Dann können wir noch eine machen. So, wir machen einfach mal den Fetten. Können wir irgendwo... Naja, wir machen einfach so. Oh, da rastet er richtig aus. Boom. Und Varelsi sind auch noch da. Boah. Irgendeiner schießt hier richtig mit Granaten rum, so wie es aussieht. Boom. Haben wir den getroffen? Ich gar nicht. Überhaupt eine Schusswaffe hier, der? Hier haben wir aber viel Zeug hinterlassen hier. Das nehmen wir alles mit. Wunderbar, jetzt sind wir wieder voll. Haben wir jetzt irgendwas verteidigt mehr? Zack, erwischt. Auch erwischt. Das war sehr gut. Kommt man hier überhaupt durch, ohne zu verbrennen? Ja. Sieht beinahe so aus. Ja, aber sieht nur so aus, anscheinend. Schade. Ach, hier gehen die Datenschirren los. Ja, geht mal los. So, aufmachen hier. Extra Leben. Okay, wir haben sieben extra Leben. Aber wer weiß, ob wir die noch verbrauchen. Da ist ja viel los. Was ist denn hier los? Und noch eine Eule. Bam. Jawohl. Er ist schon tot. Wunderbar. Gleich noch eine Eule. Und tot. Level auf. Ups. Auf die was? Von mir aufgepasst. Okay. Irgendwas raubt hier an Griff. Den mache ich eigentlich. Ich weiß nicht, den vergesse ich immer. Ist da noch einer? Und einer. Jetzt haben wir es demnächst schon geschafft. Na, jetzt ist da keiner mehr übrig. Es ging ja. Okay, ich habe einfach keine Zeit zu gucken. Können wir jetzt mal gucken. Ob die Angriff benehmen sich wie Wächter. Ach so. Ne, die hinterlassenen Wirkungsbereich. Das finde ich sehr cool. War das gerade eine Haftbombe? Hier. Ja, und der kriegt das richtig Schaden durch die Eule. Okay. Das ist gut. Aber wir können hier die Rüstung aktivieren. Aber doch, das machen wir mal. Nehmen wir uns den anderen Höhner zum Schluss auf. Boom. Was schießen die denn auf mich? Wer sind das die hier? Oh nein. Mist. Nein. Nein, 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 nein. Shane, bist du irgendwo in der Nähe? Ja. Ist er teuer? Ja, vielleicht. Nein. Geht alle weg. Ja. So, hat sich das gelohnt hier? Wir brennen. Oh nein, hier kommen ganz viele. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ja, da drüben wäre sie gewesen, aber das war zu weit weg. Nee, können wir nicht. Da drüben sind noch mehr. Oh, die rennen jetzt alle rüber. Nein, jetzt ist Shane tot. Suchen und zerstören! Nein, er hat es gerade noch so kaputt geschafft, ey. Mist. Nee, das geht nicht. Komm nicht hin. Da habe ich auch gar nicht die Skills für, um durchzurennen. Oh Mann, aber wir haben ja zum Glück noch ein paar extra Leben. So, stimmt der jetzt auch? Jawohl. Mal geschafft. Über Schild haben wir anscheinend eingesammelt. Oh. Oh, das hat sich gelohnt. Nee, nicht so richtig. Genau. Postet der auch was, der Tod? So, hier nehmen wir die Eule. Macht ordentlich Schaden. Wunderbar. Was sind da? Da unten ist noch einer. Den brauchen wir nicht. Das ist noch so ein Ding, ey. Wir haben hier eine... Ah, wir bauen mal eine Falle auf. Wir haben eine Entferno-Falle. Hier. Nimm noch eine Eule. Und zack. Jawohl. Können wir den noch Kopf treffen? Oh, jetzt die ruhige Hand haben. Aber... Nee. Und hier. Bleibt der gerade in die Blase rein? Bleibt nicht. Können wir den mal... Soll der Radelle jetzt erwischen hier? Jawohl. Warum hänge ich fest? Was? Der hat mich festgehalten, oder was? Hm. Shane? Haben die meine... schon wieder kaputt gemacht? Was? Shane? Da? Schafft das? Oh ja. Diesmal hat es geklappt. Der Typ ist immer noch da. Hier, nimm erst mal eine Eule. Jawohl. Das hat geklappt. Da kommt noch einer. Nee. Okay. Haben wir genommen. Und unten einer. Haben wir... Oh. Er sagt uns, wir sollen hin. Irgendwo. Ey. Ach, das leckt gerade so schlimm, oder was? Deswegen sieht das so blöde aus. So, machen wir mal hier. Noch eine Eule. Jetzt auf dieses Ding wieder. Kaputt. Wer auch. Shane! Ja. Kommt der her? Oder bleibt er da hinten? Weiß es nicht. Der regt sich bestimmt auch auf, dass ich andauernd sterbe. Das ist wie beim letzten Mal. Dass wir so wenig aushalten. Oder wir stehen immer so blöd. Oder wir benehmen uns doof. Für einen Fernkämpfer. Das weiß ich nicht. So. Au kaputt. Wunderbar. Ja. Der ist schon ein bisschen verrückt. Auf dem Weg. Sind alle im Weg? Nö. Hier steht eine Pfanne. Da ist Shane ja vielleicht, wenn wir zusammenbleiben. Na, gar nicht so schlecht. Wir haben 500. So. Okay, das bringt alles nichts. Hinter mir. Oh, oh. Nein, es war zu weit. Okay, ich mach mal hin. Ja, ich bin schon unterwegs, aber ich... Oh, wir haben ihn irgendwie gestunt. Ja, es hat geklappt. Hier, nimm noch eine Eule. Wenn die jetzt da einen Bereich macht, das wär gut. Und, ja, den Bereich. Und der steht genau drin. Er ist betäubt. Boom. Okay, das... Geht das doch ganz gut. Der ist anscheinend abgelenkt von den Schergen. So, da kommen die Schergen. Hier, stirbt. Nimm mal eine Eule. Ja, okay. Und er wird von hinten geboxt, oder was? Ja. Passt überhaupt nicht auf. Da ist noch ein... Kleiner Varelsi. Sollen wir das machen hier? Aber ich... Oh, würde auch mal eigentlich gerne noch ein Ding aktivieren hier. Ihr nehmt noch eine Eule. So, haben wir irgendwas geschafft? Da ist noch ein Ding. Wir können auch noch ein Level machen. Das ist ja, das ist wirklich da. Das ist gar nicht... Wen ich da getroffen hab. Beide? Oh, schon kaputt. So, was können wir machen? Verlangsames Effekt ist besser. Und die Dauer. Nee, ich mach den verlangsames Effekt. Okay, noch ein Stück Geschichte. Sicher in meinem Inneren gespeichert. Ja, hat mal wieder geklappt. Okay, vielleicht ist es doch nicht möglich, alle Feinde zu besiegen. Boom. So, dass sie denn irgendwann aufhören zu kommen. Okay, ich sterbe gleich schon wieder anscheinend. Boah, die schießen hier schon wieder. Hier, nehmen wir erst eine Eule. So. Ist der Weg schon wieder frei? Nee, ne? Sind die alle? Ach, da kommen sie schon. Da kommen sie. Hier, nehmt eine Eule. Wer schmeißt denn hier auf mich? Vor allem von wo? Die können mich doch nicht mal sehen. Oh nein. Bin schon unterwegs. Hier, da können die nicht durch, nur weil die jetzt so langsam sind. Ist denn da einer da? Kaputt. Und boom. Doch nicht. Warum haben die denn so einen komischen Körper, dass ich da immer durchschieß? Das kann doch nicht sein. So, keine Ahnung, wie viel von den Dingern man noch braucht. Oder ob die hier alle immer nur versagen. Weil die sterben. Ohm. So, das hat sich jetzt mal gelohnt hier. Kommen die durch? Boah, ey, da ist schon das nächste wieder. Kaputt. Das war mal gut. So, kommen die jetzt wieder? Ey, da ist der nächste. Okay, das war gut. Jawohl. Okay. Ja, das wäre vielleicht lustig. Die Eule ist noch hier. Im Öl noch nicht wieder genug. Splitter für das nächste, was wir hier noch machen können. Ups. Jawohl. 800 Schaden. Ups. Oh, das ist ein richtig fetter, ne? Naja, die war, glaube ich, doof gesetzt. Hier, nimm ne Eule. Guck dir, der guckt mich nicht mal an. Nee. So ist gut. Okay. Den haben wir jetzt geklaut, zwar den Kill, aber macht er nix. Hauptsache, die sind weg. Boom. Können wir dem die volle Ladung hier geben? Jawohl. Explodiert das Ding eigentlich in einem größeren Bereich? Der fette Sniper? Das sah gerade beinahe so aus. Als wären die alle dran gestorben. So, wie viel fehlt noch? 300 Splitter? Den können wir noch wieder den nächsten aktiviten. Ja, ist nur noch der dieser komische Speer? Sind da noch welche? Ja, Varelsi. Boom, getroffen. Auch getroffen. Komm an Bord, kleiner Kerl! Das geht immer mal wieder überraschend gut, muss ich sagen. Dafür, dass wir nur zu zweit sind. Und der Marquis geht doch, der ist gar nicht so schlecht, finde ich. ganz voll mit Wissen, Leute. Wir haben alles aus dem Hain, was ging. Alles klar galt. Das war's. Geschafft. Alle Mann zurück zum Schiff. Pronto. Okay, wo müssen wir lang? Hier lang? Ja, da marschiert er los. Da dauert vielleicht zu zweit doch ein bisschen länger, als wenn man mehr Leute hätte. Wir sehen uns in der nächsten Folge Have a fun. Battleborn. Battleborn.